Herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Steffen Schlutt und ich zeige dir die Vermögensanlage in Immobilien. Ich werde immer wieder gefragt, Steffen, welche Immobilie ist jetzt die richtige? Ich würde ja gerne Ferienwohnungen irgendwo kaufen, die ich dann selber nutzen kann und in der Zwischenzeit vielleicht vermieten kann. Oder soll ich mir irgendwie eine Wohnung in irgendeiner Stadt kaufen? Meine ganz klare Antwort dazu ist, kaufe dir die Wohnung in der Stadt, vermiete sie, kaufe vielleicht anschließend noch eine zweite, vermiete sie. Und aus den Erträgen miete dir die Ferienwohnung irgendwo an der Küste. Oder wenn es später mal dazu reicht, kauf dir die Ferienwohnung dann, aber mach es nicht sofort. Denn die Ferienwohnung ist meines Erachtens kein Investitionsgut erstmal oder ein bedingtes Investitionsgut, will ich mal sagen. Sondern dient eher der Lebensfreude, dem Konsum. Ja, es ist was zum Belohnen, sage ich jetzt mal. Und meine Meinung ist, dass du die Dinge, mit denen du dich belohnst, aus den Erträgen deiner Investments bezahlen solltest. Und nicht dein wertvolles Eigenkapital, was ich immer als Scheußere bezeichne, für diese Eigentumswohnung an der Küste auszugeben oder für das Haus an der Küste auszugeben. Sondern das Geld hart für dich arbeiten lassen in den Investmentobjekten, um aus den Erträgen und aus dem Wertzuwachs dieser Immobilien dann deine Träume zu erfüllen. Das ist meine Meinung. Und warum ich das auch mit Zahlen untermauern kann, das zeige ich dir jetzt gleich einmal am Bildschirm. Ich habe ein Beispiel oder zwei Beispielimmobilien rausgesucht. Einmal eine Eigentumswohnung in Bremen und dann nochmal eine Wohnung auf Mallorca in Palma. Und wir schauen uns das einfach mal an. Es kommt nicht so sehr auf die Wohnung selbst an, auf die ganzen Ausstattungsmerkmale. Und ob das jetzt schön ist, die richtige Lage ist, der richtige Stadtteil, darauf kommt es nicht an. Mir ist es wichtig, dass wir den Fokus auf die Eigenkapitalrendite legen. Und was mir wichtig ist, dass wir den Fokus auf das Fremdkapital legen, welches wir für das jeweilige Objekt aufnehmen können. Das ist ganz wichtig, weil da gibt es entschiedene Unterschiede. Und das zeige ich dir gleich im weiteren Verlauf dieses Videos. So, ich habe jetzt mal meinen Bildschirm geteilt und wir schauen uns jetzt zwei Wohnungen an. Eine in Spanien, genauer gesagt auf der Insel Mallorca und eine Wohnung in Bremen. Und es kommt hier gar nicht auf die genaue Ausstattung an. Es kommt hier nicht genau auf den Ort an. Also, ihr seht hier unten, das ist hier irgendwie eine Wohnanlage in Calabona. Wenn jetzt einer sagt, ja, ich will aber lieber in Palma und so weiter. Können wir alles machen. Spielt jetzt aber für die rein rechnerische Betrachtung, die wir gleich machen, erstmal keine Rolle. Ich möchte euch einfach nur zeigen, was die grundsätzlichen Unterschiede sind hinsichtlich der Rendite einer Ferienwohnung mit den Eigenheiten, die es dort gibt. Und der Rendite einer Wohnung in Deutschland. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich dafür plädiere, das erstmal in Deutschland aufzubauen, Vermögen zu erschaffen. Um dann später die Ferienwohnung im Süden dann zu kaufen, zu mieten, wie auch immer. So, genau, das ist die Wohnung. Ich habe ungefähr mal um die 250.000 Euro hier einen Preis rausgesucht. Das passt hier ungefähr. Hat circa 70 Quadratmeter Wohnfläche, die Wohnung. Und ich habe es auch schon mal recherchiert. Im Durchschnitt auf Mallorca werden 12,90 Euro gezahlt. Auch hier, es kommt jetzt nicht auf den Euro genau an. Wichtig ist, dass wir hier irgendwo mal eine Marschrichtung haben. Ihr werdet gleich noch sehen, worauf ich hinaus will. So, das ist die Wohnung in Spanien. Kurz noch einen Blick auf die Wohnung in Bremen. Hier habe ich auch eine Wohnung rausgesucht, die 250.000 Euro ungefähr kostet. Und die Wohnfläche ist geringfügig kleiner, 64 Quadratmeter hier. Und hier haben wir eine jährliche Miete von 16.200 Euro laut diesem Exposé hier. Und wir wollen uns das jetzt einfach mal rechnerisch anschauen. Und wir beginnen mit der Wohnung in Spanien. Und dazu wechsle ich jetzt in den Renditerechner. So, ich packe mich hier nochmal ein bisschen an den Rand. Jetzt müssen wir uns eben orientieren. Der Renditerechner ist so aufgebaut, dass ich hier oben, mal gucken, wie ich euch das am besten eben zeige, vielleicht mal eben hier die Markierfarbe raus suchen. So, hier oben ist euer Steuersatz abgebildet. Ich habe jetzt mal 42% hier reingeschrieben. Da kann natürlich jeder seinen individuellen Grenzsteuersatz eintragen. Ich lasse es jetzt einfach mal hier auf 42%, sowohl hier bei der Immobilie in Spanien als auch bei der Immobilie in Deutschland. Gehen wir weiter. Kaufpreis. Das ist jetzt die Immobilie in Spanien. Die hat den Kaufpreis von 243.278. Jetzt einfach aus dem Exposé übernommen. Und den Grundstückspreis haben wir hier mit 36.000. Wie komme ich da drauf? Ich nehme einfach, weil ich es nicht besser weiß, 15% vom Kaufpreis an. Das hat was mit der Abschreibung zu tun. Grund und Boden können wir nicht abschreiben. Gebäude können wir abschreiben. Deshalb müssen wir hier den Grundstücksanteil abziehen, um nachher die Abschreibung zu berechnen. Und weil wir es nicht besser wissen, arbeite ich hier einfach mit einer Pauschale von 15% und die 36.000 Euro sind eben die 15% von den 243.000. Das nur kurz zur Erklärung. Dann haben wir hier Kauferwerbsnebenkosten. So, mal gelb hier. Nicht so richtig egal. Kauferwerbsnebenkosten sind hier 10%, habe ich einfach mal pauschal angenommen. Das ist in Spanien so ähnlich wie in Deutschland. Es ist eigentlich vielleicht noch einen Ticken höher mit Makler usw. Aber damit wir es besser rechnen können, einfach mal 10% pauschal genommen. Es kommt hier nicht darauf an, worauf ich hinaus will. Das erkläre ich euch gleich noch. So, das ergibt dann eben diese 24.000 logischerweise. Und der Verkehrswert hier nochmal, das ist im Grunde der Wert, zu dem wir das Objekt jetzt kaufen. Weil wenn das für diesen Preis über den Tisch geht, ist das logischerweise der Verkehrswert. Die Kaltmiete, wie gesagt, 12,90 Euro habe ich mal recherchiert zur Aufnahme des Videos hier. Das würde bedeuten, wir erinnern uns, wir hatten hier ca. 70 Quadratmeter Wohnfläche. Dann kommen wir auf eine Jahresmiete von 10.832 Euro. Ja, ich habe hier nochmal reingenommen, ein bisschen Verwaltung, ein bisschen Instandhaltung, monatliche Abschläge, ein bisschen Mietausfallwagnis. Ist nicht kriegsentscheidend. Macht in der Summe eben diese 63 Euro aus. Eine jährliche Wertsteigerung habe ich hier von 2% reingenommen. Gut, da können wir jetzt auch wieder drüber fachsimpeln. Ist es auf Mallorca 2% oder ist es mehr? Ich will ja auf einen anderen Punkt hinaus, nämlich nachher auf die Eigenkapitalrendite. Deshalb lasse ich es bei 2%, weil ich es für die Immobilie in Bremen auch mit 2% gerechnet habe. Also ich möchte die Rahmendaten ziemlich identisch haben, damit wir nachher sehen, worauf es eigentlich im Wesentlichen ankommt. Genau, und da kommen wir schon zu der Finanzierung. Und zwar haben wir hier einmal, wieso kann ich das denn nicht anklicken? Da haben wir hier das Fremdkapital. Und zwar, das ist die Besonderheit und das ist ein wesentlicher Punkt und den müsst ihr euch jetzt merken. Wenn ihr in Spanien eine Wohnung kauft oder ein Haus, ist völlig egal, und mit einer spanischen Bank zusammenarbeitet, dann könnt ihr hier nicht wie in Deutschland vielleicht die Wohnung zu 90% oder sogar zu 100% finanzieren. Die Spanier, die finanzieren in der Regel 60% des Kaufpreises. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt und der verhindert nachher, dass die Rendite hier deutlich höher liegt als bei dem Objekt in Deutschland. Also 60% wären, hier oben hatten wir es, 243.000, wären Darlehen von 146.000 Euro zum Zinssatz von 4,9. Auch das ist höher als in Deutschland. Die Spanier haben generell ein höheres Zinsniveau als bei einer deutschen Bank. Würde dann bedeuten, das wird hier immer nochmal ausgewiesen, der Fremdkapitalzins nach Steuern. Also wir hatten ja oben einen Grenzsteuersatz von 42%. Wenn wir jetzt sagen, wie viel sind denn 42% von 4,9? Dann sind es eben diese 2,84. Das nur nochmal zur Ergänzung. Aber was jetzt noch kommt, ist der Eigenkapitaleinsatz, den ihr ja habt. Und der liegt nämlich bei der Immobilie in Spanien bei 121.000. Warum? Weil wir nur 146 von der Bank kriegen. Wir brauchen aber insgesamt mehr, um das Ganze hier zu finanzieren. Das heißt, der Eigenkapitaleinsatz, bitte merken, 121.000. Und wir tun auch mal so, als wenn wir das Geld haben. Aber das sollte eine Voraussetzung jetzt eben sein. Warum das so wichtig ist, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Also 121.000 ist unser Eigenkapital. Das haben wir zur Verfügung. Und das müssten wir einsetzen, um diese Wohnung hier in Spanien zu kaufen. So, jetzt geht es weiter. Wie sieht das aus? Wie viel Steuern muss ich zahlen? Das mache ich jetzt ein bisschen schneller. Also es ist klar, wir haben hier die Miete, wir haben die Abschreibung hier mit 2% gerechnet. Genau, das sind die Fremdkapitalzinsen, die dazukommen. Das würde bedeuten, dass wir ein zu versteuerndes Einkommen haben aus dieser Rechnung von minus 383 Euro. Und das führt dann dazu, dass wir eine Steuererstattung haben. Es kommt jetzt auch nicht auf das spanische Steuerrecht an und ob in Spanien vielleicht 2% nicht passt usw. Das macht gleich den Kohl nicht fett. Das nur mal zur Ergänzung, weil wir das gleich für die deutsche Immobilie auch machen. Würde bedeuten, wir kriegen hier eine kleine Steuererstattung, jedenfalls am Anfang des Investments. Und die Rendite, also die Miete im Verhältnis zu dem Kaufpreis, liegt bei der spanischen Immobilie bei 4,05. Aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Das ist eine Kennzahl. Das ist gut zu wissen, dass wir die haben oder dass wir die kennen. Aber viel wichtiger ist gleich die Eigenkapitalrendite, die ich gleich errechne. Hier nochmal die Zahlungsströme. Ist klar, wir haben hier die Miete wieder. Wir müssen die Zinsen zahlen. Wir kriegen ein bisschen Steuern zurück. Das heißt, wir haben noch immer einen Liquiditätszufluss von 3840. Müssen natürlich auch tilgen. Tilgung habe ich hier mit 2% gerechnet. sind 2920 Euro. Das bedeutet, wir haben hier einen Überschuss von 920 Euro. Kann man ja sagen, Mensch, super, passt so weit. Und dann kommen wir hier auch schon zu der ersten Kennzahl, der Eigenkapitalrendite ohne Wertsteigerung. Und die liegt hier bei 3,16%. Das ist einfach, oder das errechnet sich wie folgt. Das sind einfach, gucken wir hier nochmal in die Tabelle, das ist einfach das, was uns an Geldern zufließt. Und zwar sind das ja im Grunde diese 3840 Euro. Die fließen uns ja zu. Die Tilgung ist ja nur linke Tasche, rechte Tasche. Da wird ja nur Kasse weniger. Dafür wird das Fremdkapital auch weniger. So, und das fließt uns zu. Und diese 3840 Euro im Verhältnis zu unserem eingesetzten Kapital, ihr erinnert euch, das waren hier oben die 121.000, die wir ja auch haben, bedeutet, dass diese 3840 Euro eine prozentuale Verzinsung von 3,16 sind auf die 121.000 Euro Eigenkapital. Und das könnt ihr im Grunde auch vergleichen mit eurem Sparbuchzins oder mit einer Aktienanlage und so weiter. Das ist eure Rendite auf euer eingesetztes Kapital. Und das ist eigentlich die wichtigste Rendite im Immobilienbereich. So, rechnen wir die Wertsteigerung noch dazu, dann sieht das Ganze noch ein bisschen besser aus. Wir haben ja oben gesagt, wir haben 2% Wertsteigerung. Wenn wir die noch hier in Euros umrechnen, wären ja halt hier eben diese 4865 Euro. Die könnten wir ja auf die 3000, was waren es hier oben, 3840 noch draufschlagen. Dann kommen wir auf einen Ertrag von 8700. Und das wiederum ins Verhältnis gesetzt zu unseren 121.000 Eigenkapital. Würde bedeuten, dass wir eine Eigenkapitalrendite von sogar 7,16% haben. Also das ist die Eigenkapitalrendite mit Wertsteigerung. Einmal hier. Und hier oben ist die Wertsteigerung nicht mit drin. Das ist rein der Zahlungsstrom, der uns aus dieser Immobilie zugeht. So, das heißt also, wenn die Wertsteigerung so passt, vielleicht ist sie auch nochmal höher in Sparien und so weiter, könnt ihr euch hier die Eigenkapitalrendite ausrechnen. Also eure Rendite auf euer eingesetztes Kapital. So, hier müssen wir erstmal einen Punkt machen. Und jetzt gehen wir mal in die Rechnung der deutschen Immobilie. So, scrollen wir hier auch nochmal ein bisschen ran. So, hier oben, der Grenzsteuersatz ist identisch bei 42%, das hatten wir. Kaufpreis, ihr erinnert euch, an die deutsche Immobilie in Bremen, 250.000 Euro. Grundstückspreis, das ist wieder diese 15%. Pauschale, die ich da annehme, sind in diesem Fall 37,5. Die Erwerbsnebenkosten habe ich auch gleich gelassen, würde dann bedeuten 25.000 Euro. Verkehrswert ist 250.000. Und die Kaltmiete, die haben wir aus dem Exposé abgeschrieben, sind diese 16.200 Euro im Jahr. Auch hier haben wir nicht umlagefähige Nebenkosten, wie Verwaltung, Instandhaltung und so weiter, was wiederum unsere 63 Euro ergibt. Wertsteigerung ebenfalls 2%. Also ihr seht, die Daten sind alle ziemlich identisch. Aber jetzt kommen wir zu dem wesentlichen Faktor, denn wir können eine deutsche Immobilie in der Regel höher finanzieren, höher beleihen, als eine spanische, bei einer spanischen Bank. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe hier einfach mal gesagt, so wir finanzieren hier 90% des Kaufpreises. Also 250 war der Preis. 90% finanzieren wir. Das bedeutet 225.000 Euro Fremdkapital nehmen wir bei der Bank auf. Den Zins, das sehen wir hier in Deutschland zahlen, der liegt jetzt aktuell ungefähr bei 3,9% für vielleicht 10 Jahre. Stand Video heute. Der ist auch niedriger als der spanische Zins. In Spanien zahlen wir 4,9, hier zahlen wir 3,9. Das liegt einfach daran, dass in der Bundesrepublik Deutschland das Zinsniveau geringer ist als in Spanien. Warum das so ist, erklären wir mal in einem anderen Video. Und auch hier wieder der Fremdkapitalzins nachsteuern, das ist einfach oben mit dem Grenzsteuersatz wieder gerechnet, liegen wir bei 2,26%. So, und wir haben hier nur einen Eigenkapitaleinsatz von 50.000 Euro. Das ist ja logisch, weil wir kriegen 225 von der Bank, 250.000 kriegt der Verkäufer und wir hatten noch 25.000 Euro Erwerbsnebenkosten, also Grunderwerbsteuer, Notar und so weiter. Bei der spanischen Immobilie hatten wir 121.000. Das ist hier ja nicht oder weniger als die Hälfte des spanischen Eigenkapitaleinsatzes. Das ist ganz, ganz wichtig. So, wie viele Steuern sind zu entrichten, das haben wir dann hier wieder, also das ist auch dann die Miete minus die kalkulatorische Abschreibung minus die Fremdkapitalzinsen. Bedeutet, wir haben hier ein zuversteuerndes Einkommen von plus 3.250 Euro. Ihr erinnert euch, in der spanischen Immobilie war es negativ. Und das bedeutet, wir haben hier eine Steuerzahlung mit unserem Steuersatz gerechnet von 1.365 Euro pro Jahr. Macht eine Rendite im Moment von 5,89. Aber wichtig, das ist hier nicht die Eigenkapitalrendite, auf die ich eigentlich hinaus will, sondern das ist die Mietrendite. Die Zahlungsströme, die damit verbunden sind, ist klar. Wir haben hier wieder die Miete, die kommt. Wir müssen die Zinsen zahlen. Wir müssen die Steuern in diesem Fall zahlen. Wir kriegen nichts zurück. und haben dann einen Liquiditätszufluss von 6.060 Euro im Jahr. Und da müssen wir noch die Tilgung von bezahlen. Bedeutet, wir haben einen Überschuss von 1.560 Euro pro Jahr. Und das bedeutet, auf unser eingesetztes Kapital bereits eine Eigenkapitalrendite von 12,12%. Ihr erinnert euch, bei der spanischen Immobilie haben wir eine Eigenkapitalrendite. Klick nochmal rüber. Von 3,16% gehabt. Warum ist das so? Ganz klar. Wir haben ja hier einen Liquiditätszufluss von 6.060 Euro. Und 6.060 Euro im Verhältnis zu unseren eingesetzten 50.000 von hier oben. 50.000 Eigenkapital haben wir eingesetzt. Bedeutet, wir haben dann, wenn man das ausrechnet, 6.060 im Verhältnis zu 50.000 sind eben diese 12,12%. Und das bedeutet, wir haben hier eine dreifach höhere Eigenkapitalrendite als mit der Immobilie in Spanien. Dann können wir das auch noch ergänzen um die Wertsteigerung. Das haben wir hier nochmal gemacht. Wenn wir also auch sagen, die Immobilie in Bremen, die hat eine Wertsteigerung von ebenfalls 2%, ist das dann eben rechnerisch 5.000 Euro. Die können wir dann ja auf die 6.000 noch draufschlagen. Kommen wir somit auf 11.060 Euro Vermögenszuwachs für euch pro Jahr. Was eine Eigenkapitalrendite von sogar 22,12% bedeutet. Ist ja logisch, weil zusammen, also gerechnet, diese 11.060 Euro im Verhältnis zu euren eingesetzten 50.000 wären eben 22,12%. Und das ist eben eine deutlich höhere Eigenkapitalrendite als in Spanien, die hier nur bei 7,16 liegt. Also das ist auch das Dreifache von dem, was in Spanien ist. Und eins kommt noch dazu. Wir haben ja gesagt, wir haben 121.000 Euro Eigenkapital auf der Bank liegen. Die zahlen wir ja für die Ferienwohnungen in Spanien. Für die Immobilie in Deutschland brauchen wir aber nur 50.000 Euro Eigenkapital. Dann könnt ihr ja folgendes machen. Dann könnt ihr ja in Bremen vielleicht noch eine ähnliche Wohnung kaufen in der gleichen Größe, zu dem gleichen Preisniveau. Könntet auch wieder 50.000 Euro Eigenkapital einsetzen. Denn ihr habt ja das Geld. Ihr habt ja 121.000 Eigenkapital. Dann habt ihr zwei Wohnungen in Deutschland gekauft. Das bedeutet ja dann auch, wenn ihr zwei Wohnungen in Deutschland gekauft habt, dass ihr dann einen Ertrag nach Steuern von 11.060 Euro mal zwei habt. Das heißt, ihr habt hier jedes Jahr 22.000 Euro Ertrag mit zwei deutschen Eigentumswohnungen, statt eine Eigentumswohnung in Spanien zu kaufen, die einen Ertrag von 8.705 Euro hat. So, und das ist eben der Punkt, den ihr euch überlegen müsst. Ist es mir wert, das hier in Spanien zu machen? Ich verdiene hier nur 8.705 Euro, mal angenommen, meine ganzen Anhanden treffen mir zu. Oder kann ich nicht viel besser hingehen und sagen, so, ich kaufe mir hier in Deutschland die Immobilien, muss viel weniger Eigenkapital einsetzen, kann viel mehr Immobilien kaufen, kann einen deutlich höheren Ertrag erzielen und aus dem Ertrag heraus kaufe ich mir dann irgendwann vielleicht die Immobilie in Spanien oder vielleicht muss ich mir gar keine kaufen, sondern kann mir besser dort eine Mieten aus dem Ertrag meines Immobilienvermögens in Deutschland. Und darauf wollte ich hinaus, das wollte ich euch ja mal zeigen, da denkt gerne mal dann drüber nach. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Du konntest einiges mitnehmen aus den Vergleichen der Wohnung in Bremen und des Objekts auf Mallorca. Ich hoffe, dir ist klar geworden, die unterschiedliche Art und Weise, wie man hier finanzieren kann. Ich hoffe, dir ist klar geworden, dass die Eigenkapitalrendite bei den Investmentobjekten in Deutschland besser ist als bei den Ferienimmobilien. Und ja, das ist jedenfalls meine Meinung bei diesem Vergleich dieser beiden Objekte. Schreibe mir gerne in die Kommentare, was dir besonders gefallen hat, ob du der gleichen Meinung bist oder ob du das ganz anders siehst. Das würde mich interessieren. Und abonniere gerne meinen Kanal, schaue dir die Videos an. Und wenn du selber Unterstützung brauchst beim Vermögensaufbau mit Immobilien, dann buche auf meiner Seite steffen-schlutt.de das kostenlose Erstgespräch. Dann werden wir dich anrufen und Kontakt mit dir aufzunehmen. Und ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis dahin, mach's gut, dein Steffen. horsesine, komms ¿männis des is bis